Im Prinzip fing die Kriminalität bei mir aus Hunger an, weil ich nichts zu essen hatte. Lieber 15 alte Mörder in der Sprechstunde als einer von diesen jugendlichen wilden Kotzbrocken. Ich habe erlebt, wie sich Menschen bei den Halsschlacheradern aufgetrennt haben und man versucht die dann noch zu retten und das Blut spritzt durch die Gegend. Es ist eine lebensfeindliche Atmosphäre in den Anstalten. Aber du selbst hast doch als Leiter gearbeitet. Hättest du das nicht ändern können? Als Gefängnisleiter kann ich kein Gefängnis abschaffen, dann habe ich nichts mehr zum Leiten. Im Jugendknast wird sich mehr geprügelt als in der Erwachsenenhaftanstalt. Es gibt Menschen, das sind einfach wandelnde Waffen oder Bomben, die jeden Moment wieder explodieren können. Und vor den Menschen muss halt die Gesellschaft geschützt werden. Was passiert denn aber, wenn wir es schön machen? Dann hat das ja gar keine abschreckende Wirkung mehr. Wenn ich als Politiker eine Wahl jetzt gewinnen wollte, würde ich auch sagen, Täter müssen hart gestraft werden. Ein Mörder sitzt 15, warum soll ich jetzt 13 sitzen? Wenn man sieht, dass 50 Prozent der Insassen, der männlichen Insassen beispielsweise eine positive Drogendiagnose haben, 75 Prozent der jungen Frauen, das sind ja Gott sei Dank viel weniger, schwerstabhängige sind, dann muss man die Zeit im Gefängnis nutzen. Dann stand ich da mit meinen 13 Jahren und habe überlegt, nach dem Urteil, jetzt kannst du eigentlich auch zurückgehen auf deine Zelle, dir ein paar Bettlaken zusammenknoten und beendest die Sache einfach. Zellüst. 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 Vielen Dank.